Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. Mein Name ist Wolf Fuss, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Wir zeigen Ihnen heute eine sehr interessante Partie. Was für eine Chance! Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. Diese Führung, es ist ein enges Spiel. Es ist ein Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden können und da ist dieses Tor so wichtig. So Toka. Da haben Sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten! Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Die Ecke kommt. Da passt der Torhüter auf bei diesem Eckball. Gemmaresch. Angriff läuft. Machen Sie erst mal richtig gut. Da ist jetzt viel Zug zum Tor. Tonali. Er kann es machen. Wird Ecke geben. Ecke kommt rein. Weiter gefährlich. Ah, wenn Sie da ein bisschen mehr Geduld haben, dann lässt sich dieses Abseits vermeiden. Auf jeden Fall. Vorne steht jemand im Abseits. Und dann trotzdem dieser Pass. Also das ist ärgerlich. Guter Vorstoß jetzt. Schönes Zuspiel hier. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Gutmann. Scheer. Armbaal-Jöppier. Miguel Almiron. Das ist Isaac. Miguel Almiron. Tor für Newcastle United. Damit gehen sie mit zwei Toren in Führung. So wie es schaut, hat er sich das gehofft. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Deva Machado. Da suchen sie jetzt die Lücke. Der Ball holt er. Gut verteidigt. Almiron. Sandro Tonali. Joey Linton. Muss es was sein. Stark gemacht. Thomas Thorn. Sehr gutes Technik. Das war wichtig. Da ist Platz für den Konter. Eine Minute gibt es obendrauf. So, wir gehen in die Pause. Da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erst mal durchatmen. Das sieht gut aus, was er bisher macht in dieser Partie. Starker Auftritt von ihm. Er versucht es aus allen Lagen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Starker Zweikampf. Alexander Isak. Ah, wichtiger Block. Jetzt gibt es hier einen Wechsel. Joel Linton. Ah, er macht zu. Medina. Thomas Thorn. Toller Pass. Da ist die Chance. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Unglaublich. Was für ein Reflex. Sie wechseln. Das macht er sehr gut. Amiron. Joel Linton. Sehr gutes Tackling. Das war wichtig. Medina. Ganz wichtige Aktion hier. Das sah gut aus. Gefährlicher Pass. Michela Miron. Michela Miron. klasse aktion muss abschluss geben sie wechseln jetzt die mares schärme ron da geht er vorbei er passt gut auf und hat den ball setzt sich da gut ein medina der blick zu uhr noch sieben minuten gutes zu spiel ist das der anschluss treffer schön dazwischen gegangen sandro tonali platz zum kontakt super dazwischen gegangen so nachspielzeit angezeigt gibt noch mal zwei minuten drauf kevin dann so das ist der schlusspfiff das war's für heute die gastgeber müssen hier also eine niederlage hinnehmen kein ergebnis dass ihnen gefallen wird ist ja klar die wollten mehr jetzt ist es dann doch eine deutliche niederlage geworden das ist bitter aber sie wissen ja auch woran es gelegen hat lücken in der abwehr immer wieder und da haben sie sich zu viele tore gefangen ganz starke leistung in diesem spiel ganz toll also überragend hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden treffer